Dieses Hobby teilt ERZGEBIRGSKRIMI Star Teresa Weisbach MIT ihrer FILMFIGU Schneeberg, Zwickau, Försterin Saskia Bergelt, hilft im ZDF Erzgebirgskrimi nicht nur den Ermittlern, bei dem ein oder anderen Fall auf die richtige Spur zu kommen. Sie hat auch ein musikalisches Hobby, und das teilt sie sich inzwischen mit Schauspielerin Teresa Weisbach, 43, die die Filmfigur verkörpert. Wir erinnern uns, in der Folge, Tödlicher Akkord, von 2020 spielt Saskia Bergelt in einer Bergmannskapelle, gemeinsam mit Opfern und Täter des Films. Mit ihrem Waldhorn ist sie dann auch später beim Bergstreittag in Schneeberg dabei. Nun hat Schauspielerin Teresa Weisbach auf Instagram verraten, dass sie vor den Dreharbeiten zu dem Film nicht auf dem Blechblasinstrument spielen konnte. Das hat sich seither geändert. Am Dienstag postete die gebürtige Zwickauerin nämlich ein Video auf der Social-Media-Plattform, wo man sie das Waldhorn spielen hört. Die Schauspielerin steht dabei mit Shorts und T-Shirt bekleidet mitten in der Natur und spielt das Kinderlied Zum, 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 Bienchen zum herum. Auf dem Video erscheinen dabei die Hashtags. Hashtag Waldhorn Raute üben üben Hashtag Bergwelt Raute glücklich sein Hashtag Sum 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 Und Hashtag Bieneparadies In den Kommentaren schreibt ein Fan überrascht. Das wusste unser Rainer gar nicht, dass du richtig gut spielst. Ich dachte immer es ist, wie vieles im Film, nur, gespielt. Darauf antwortet die 43-Jährige. Wegen des Erzgebirgskrimis habe ich angefangen. Damals im Film konnte ich es nicht. Aber nun wird es in kleinen Schritten immer besser. Lächelnder Smiley mit lächelnden Augen. Damit teilt sich Teresa Weisbach nun schon seit vier Jahren mit ihrer Filmfigur Saskia Bergelt das musikalische Hobby, Denn der Krimi, Tödlicher Akkord, wurde im Sommer 2019 gedreht. Es ist der zweite Film aus der Erzgebirgskrimi-Reihe. Die Ermittler Robert Winkler, 57, Kai Schäfe, und Carina Schabo, 33, Lara Mandoki, müssen in diesem den Mord an Landschaftsarchitektin Katja Hartmann aufklären, die ebenfalls in dem Blasorchester gespielt hat.